Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Guck mal, es ist wieder vorbei, wenn sie einen durchstammt, gell? Also wenn ich einen so anschaue, da könnte sogar ich nochmal schwach werden. Oh ne, danke, ne, 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 ne. Also einen schwachen habe ich schon zu Hause. Schon? Ja. Papa, was tust'n du jetzt mit diesen Gläsern? War halt beim Augenball. Ja, und? Ich hab gesagt, ich soll jetzt Gläser tragen. Das waren die Ägypter. Wieso die Ägypter? Die haben dem Bier sogar ein Denkmal gesetzt. Und wie heißt das? Die Pyramiden. Oh, mein Gott.